Ein bisschen Pause ist angesagt, bei den Indizes allerdings muss das noch nicht was Schlimmes bedeuten. Hängt natürlich davon ab, in welchem Zeitrahmen ihr euch bewegt. Gucken wir mal den DAX zuerst an. Der ist zumindest mal seit den Hochs, die wir hier hatten, DAX Future in diesem Fall, relativ zügig runtergekommen. Aktuell geht es nach oben. Im Moment würde ich die Aufwärtsbewegung als dreiwellig bezeichnen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir uns das mal nach den typischen Größenordnungen mal angucken, ich mache das mal groß, dann könnt ihr das besser nachvollziehen. Wir messen vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt hier. Dann gucken wir mal, eigentlich klassisch sind Rücksetzer irgendwo bis hier hin. Da sind wir voll drin, ein klein bisschen jetzt oben drüber, aber das wäre noch in Ordnung. Also insofern nehmen wir mal an, dass der Kurs tatsächlich die Unterseite hier nochmal durchstößt. Das wäre im Moment das Tief von heute Morgen 10.20 Uhr in etwa. Wenn er das hier nach unten durchstößt oder wenn der Kurs natürlich auf dem Weg nach unten irgendwie so etwas hier nochmal hinlegt, dann wäre das auf jeden Fall nochmal eine Idee für die Shortseite. Die Idee, Schub runter, dreiwellig nach oben, Bruch dieser Unterseite. Das ist immer ganz wichtig. Ihr könnt das natürlich auf einer kleineren Ebene machen, also sprich Schub runter und dann Bruch dieser Unterseite hier. Aber wichtig ist also nicht jetzt sagen, oh, das ist eine geile Short-Idee, ich gehe schon mal Short. Im Moment steigt der Kurs. Ja, er tut es doof. Doof insofern, weil es korrektiv ist wegen der vielen Kursüberschneidung. Kein gutes Zeichen. Aber trotz alledem, es ist nun mal eine Aufwärtsbewegung und einfach nur aufgrund der Idee, nö, ist eine schwache Bewegung, der dreht bestimmt gleich. Das ist zu vage. Das solltet ihr nicht unbedingt tun. Allerdings, wenn er jetzt dann noch den Dreh schafft und damit so die letzten Zwischentiefs durchstößt, dann ist das ein ganz gutes Zeichen, dass da noch mehr drin ist. Mindestausmaß ist das, was wir hier vorne haben. Hier nochmal in der Chance, dass es gegebenenfalls noch mehr wird, aber zumindest mal hätte man dann so grob das jetzt auf dem Future gerechnet, 14.756 oder was es ist, bis ungefähr 662, also bitte jetzt nicht millimetergenau nehmen hier, aber das könntet ihr gegebenenfalls nochmal messen. Geht der Kurs allerdings jetzt weiter nach oben, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern an das, was wir hier besprochen hatten, denn dieses Bild sah bis dahin auch relativ ähnlich aus und ich bin dann auch davon ausgegangen, hier zu shorten. Da seht ihr, wie wichtig es ist, nicht einfach zu sagen, ach Gott, dann shorte ich hier schon mal, das ist bestimmt ein guter Plan. Nee, ist es nicht. Also ihr seht, das Bild ist bis dahin das gleiche gewesen, aber nicht irritieren lassen. Das, was ihr hier seht, ist das, was hier hinten jetzt gerade ausgeblendet ist, was hier gerade in ganz klein passiert. Ihr seht aber, dass diese Verhaltensweisen immer wieder vorkommen und eben entsprechend diese Ideen mit diesem Trigger natürlich dann analog eben anwendbar sind. So, also insofern, das wäre so mal so eine erste Zielgröße, dann würde der Kurs bis hierhin in etwa wieder zurückkommen. Das würde ja nicht mal viel größer sein als so ein Rücksetzer. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen mehr wird, aber da lassen wir uns mal überraschen. Wenn allerdings der Kurs jetzt über die 78,6er geht, das bedeutet für den Future 14.860, da bin ich erst mal raus aus jeder Short-Überlegung, denn dann haben wir genau das Gleiche, was wir hier besprochen hatten, als der Kurs hier weiter nach oben gegangen ist und dann hier die 78er, ja, dann ist auch klar, dass er das überschreitet. Das heißt, ziemlich wahrscheinlich, wenn wir diese Marke hier brechen, dass wir diese hier oben auch noch mal anreißen. Und davon gehe ich dann ziemlich sicher aus. Aber warten wir das ab. Jetzt habt ihr eine Idee, wie es aussehen muss für verschiedene Einstiege. Entweder hier unten oder Schub runter, korrekt tief nach oben, zwischentief oder gegebenenfalls nach Longs suchen, wenn er vielleicht in der Aufwärtsbewegung noch mal wackerlich runterkommt. Vergleichen wir das mal mit den amerikanischen Futures. Und da ist jetzt hier YM, das entspricht dem Dow Jones, also Dow Jones Future in dem Fall ist das. Und da sehen wir für die 5-Minuten-Händler, für die, die ganz kurzfristig unterwegs sind, den Teil finde ich super, denn der ist impulsiv, ganz klar eine Schubrichtung, korrekt tief in die Richtung. Und ich bin und zwar so ziemlich in die Mitte rein. Ich habe euch eben gezeichnet, wie man das macht. Das macht ihr jetzt mal selber ein bisschen. Ihr könnt es auch mit grobem Augenmaß, so ungefähr die Mitte dieser Bewegung, ein bisschen drunter, drüber, irgendwie sowas in der Richtung und dann brucht dieser Marke. Das wäre für mich das Short-Signal in der Fortsetzung dieser Bewegung zumindest mal. Und das geht natürlich im Großen wie im Kleinen ebenso. Und ihr seht die Analogie hier auch im 4-Stunden-Chart, also das, was ich hier im 5-Minuten-Chart gezeichnet habe, ist das, was ihr hier seht seit diesem Hochpunkt. Gestern hatten wir diese Kiste eingezeichnet. Da haben wir gesagt, wir wissen nicht, ob er da dreht, aber das wäre so dieses Typische, wo er erstmal in die Pause rein sollte, allein aufgrund der Symmetrien und dessen, dass er das, Pause, das gesehen hat. Da wäre das sehr normal. Und dann wird sich zeigen, ob er diese Bewegungsrichtung eben im Anschluss macht, mit Pause oder ohne Pause, oder ob er diese Bewegungsrichtung als nächstes macht. Und ein erstes nächstes Indiz dafür ist, wenn wir hier eine Korrektur nach oben bekommen, dann ist das ein klares Zeichen. Oh, da kann ich nochmal ein Short hier mit reinlegen. Das erhöht zumindest mal ein bisschen die Chancen hier für die Abwärtsseite, dass es da nochmal weiter runter geht. Aber denkt immer dran, argumentiert von Schub zu Korrektur und umgekehrt. Immer dann, wenn ihr eine starke Bewegungsrichtung, Schub habt, eine korrektive Gegenbewegung, ist das kein gutes Zeichen für die Gegenbewegung. Also Fortsetzung nochmal nach oben. Das Ganze könnt ihr auf jeder Zeitebene, wann auch immer ihr das seht, spielen. Also auch für die, die auf Tagesbasis sind. Oh ja, Rüdiger, das interessiert mich doch nicht hier im Intraday-Handel. Das Prinzip auch hier im Tageschart. Die ersten Tage runter, die letzten Tage im Dezember runter nochmal. Dann ging es hier nochmal ein bisschen hoch. Zack, das wäre der Trigger für die Short-Seite. Mit Mindesterwartung, dass das, was wir hier vorne haben, da hinten nochmal passiert. Also ihr seht, das ist völlig analog anwendbar. Und wenn ihr euch jetzt wundervollt, das Gleiche, nicht ganz. Das ist hier vom Dezember hoch, dann hier die Strecke zwischen den Jahren sozusagen, die Aufwärtsbewegung. Das ist der 5-Minuten-Chart, also von heute Nachmittag. Hier mal schnell runter, anschließend hier die Aufwärtsbewegung. Also ihr seht, da ist das Bild zwar ähnlich, wenn das hier noch kommt. Der Teil fehlt ja noch. Hier haben wir den ja schon. Dieser Teil ist ja schon, jetzt kann ich den nicht greifen, den Teil ist ja schon da. Hier fehlt er noch. Aber wenn der gleich noch kommt und wenn er dann hier die Unterseite triggert, dann wisst ihr ungefähr, wie das Trade-mäßig aussehen kann. Beim S&P ist es grundsätzlich genau das Gleiche. Also im ganz kleinen 5-Minuten-Chart argumentiere ich das jetzt nicht nochmal. Schub runter, wackelig hoch. Das kriegt ihr selber hin. Auch hier eine Stufe größer ist die ähnliche Erwartungshaltung. Schub runter, korrektiv. Ich wollte gerade sagen wackelig. Einige stören sich immer über den Begriff. Das ist nicht profimäßig. Naja gut, nennt es wie ihr wollt. Auf jeden Fall ist es nicht gerade die stärkste Aufwärtsbewegung, die die Welt gesehen hat. Das alleine ist noch kein Short-Wert. Erst wenn er die Abwärtsseite da unten, wenn er diese letzten Tiefs hier durchstößt, dann ist das aus meiner Sicht wert für die Short-Seite. Aber für die, die im 4-Stunden-Chart oder mehrere Stunden-Chart unterwegs sind, ja schon mal die Überlegung, das so langsam aber sicher vorzubereiten. Mindestens mal, dass man da nicht überrascht ist, wenn es passiert. Und für die, die ein bisschen aktiver sind, gegebenenfalls sogar im 5-Minuten- oder 15-Minuten-Chart schon mal auf kleiner Ebene. Oder im Tages-Chart, Schub runter, wackelig hoch und dann eben entsprechend das gleiche Bild. Also Entscheidungsmarke hier. Ist das die einzige Möglichkeit, was der Markt machen kann? Nein, ich sehe noch eine andere Variante, dass der Kurs möglicherweise jetzt hier irgendwie so eine ABC macht. Und wenn er dann seinerseits diesen Punkt hier nach oben durchstößt, wäre das wiederum ein Long. Und wer jetzt verwirrt ist und sagt, ah Rüdiger, damit kann ich nichts anfangen. Du wendest ja permanent. Ja gut, das ist so, wenn ich von A nach B fahre, stellt euch vor, ihr fahrt zu eurer Oma. Ja wie jetzt? Du musst jetzt sagen, ist das eine Linkskurve oder eine Rechtskurve? Ja, das dreht halt permanent. Ihr müsst mal nach links, mal nach rechts. Das ist halt nun mal so. Und wenn der Kurs ein Teilstück Long eben nach oben geht, dann nehme ich dann die Long-Seite mit. Und wenn er das auf der Abwärtsseite bricht, dann gehe ich da dann an der Stelle halt short. Und wenn ihr sagt, die ist mir zu hektisch, dann müsst ihr eine Stufe übergeordnet unterwegs sein und dürft euch dann aber nicht ärgern, wenn der Kurs auch mal für mehrere Stunden, vielleicht sogar Tage oder Wochen, wenn ihr ganz groß argumentiert, mal gegen euch läuft. Das ist dann halt so. Anders wird ihr es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Dann gucken wir noch auf den Nasdaq. Der sieht natürlich im Wesentlichen ähnlich aus. Insofern sparen wir uns hier die Details. Auch hier gilt noch mal diese Marke hier als eine sehr spannende. Da haben wir ja schon gestern vermutet, wenn er da reinkommt, da ist die nächste Chance. Korrigiert er runter, Trigger für die Long-Seite. Die Alternative ist, wenn er jetzt relativ stark sich nach unten entwickelt, Korrigiert er nach oben, dann Trigger für die Short-Seite. Ihr seht, die Entscheidung ist noch nicht endgültig gefallen. Ihr wisst aber jetzt auch, wie ihr eure eigene Entscheidung da fällen könnt, je nachdem, ob ihr in den kleinen Zeitebenen, in den mittleren oder entsprechend in den großen Zeitebenen unterwegs sein wollt. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr die für euch richtigen Entscheidungen, je nachdem, welchen Zeitrahmen ihr handeln wollt, findet. Gegebenenfalls spielt auf allen Zeitebenen mit. Es ist durchaus legitim, zum Beispiel in 5 Minuten Chart mal einen kleinen Short mitzunehmen und dann übergeordnet vielleicht eine Long-Position zu haben. Das geht ohne weiteres. Oder den DAX zum Beispiel auf der einen Seite und den S&P vielleicht auf der anderen Seite zu handeln. Denn, wenn ihr die beiden Kurse mal direkt vergleicht, sie laufen nun mal nicht genau identisch, sondern nur sehr ähnlich. Und da sind durchaus unterschiedliche Richtungen für Teile der Strecke nicht unrealistisch. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute. Toi, toi, toi. Und bis zum nächsten Beitrag.